Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich euch alle Wunderwaffen zeigen, die wir bisher in der ganzen Zombie-Geschichte hatten, also von World of War bis Zetsuburoshima im Moment. Es wird wahrscheinlich noch eine geupdatete Version rauskommen, wenn alle Zombie-Maps, also alle DLCs von Black Ops 3 gedroppt sind. Ich habe jetzt hier wirklich nur Waffen genommen, also ich habe nicht jedes Equipment dazu gezählt. Weil es ja mittlerweile so ist, dass nicht jeder World of War gespielt hat oder einfach auch nicht den Unterschied von den verschiedenen DG2-Waffen kennt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der allerersten Wunderwaffe, die wir eigentlich von jedem Map kennen. Und zwar ist das, ja, die Raygun. Die gibt es schon seit der ersten Zombie-Map und die gibt es auch in jeder Zombie-Map aus der Mystery-Box. Wenn man sie beispielsweise pack'a-puncht, gibt es einen größeren Clip und die Farbe verändert sich von diesem Grün auf Rot und es gibt mehr Munition. Sie wird auch nicht schlechter und das Einzige, was sich verändert, ist halt der Splash-Stand. Ja, was wir ebenfalls in World of War hatten, war der Flammenwerfer, also der M2-Flamethrower. Bei dem war es so, dass er unendlich Munition hat, die wieder auflädt, aber man muss ihn immer wieder mal abkühlen lassen. Es kann auch sein, dass man ihn immer überhitzt. Aber vor allem für Nachte und Toten ist es eine geeignete High-Round-Waffe oder für Verrückt, weil man dort irgendwann mit nichts anderem mehr killen kann. Wenn man sie zum Beispiel auf der Lisa Pack'a-puncht, heißt sie dann F1W Nitrogen Cooled. Man kann sich damit schneller bewegen, weil eigentlich bewegt man sich richtig langsam mit dem Teil. Man kann sie dann auch länger benutzen und die Abkühlzeit dauert nicht mehr so lange wie beim Original. Ja, kommen wir zur Wunderwaffe DG2, die wir ja eigentlich alle kennen. Die gibt es auf sehr, sehr vielen Maps und auch in verschiedenen Zombie-Teilen. An sich ist es eine Insta-Kipp-Waffe, die immer 10 Zombies pro Schuss tötet und sich zwischen den Zombies dann verkettet. In World of War ist es so, dass man sie in China nur mal als erstes auf der Map hat, also in Nacht, und Verrückt gibt es sie noch nicht. Und da bekommt man sie auch nur aus der Box. Es gibt dort natürlich keinen Pack'a-Punch, also man hat sie nur aus der Box und so wie sie auch in der Ursprungsform ist, bleibt sie auch. Auf der Riese kann man sie dann Pack'a-punchen. Dann gibt es mehr Munition und einen größeren Clip auch. Aber ihr müsst ganz vorsichtig sein, denn wenn ihr euch auf der Riese World of War mit der Wunderwaffe DG2 selber zappt, also selber hittet, dann verliert ihr euer Juggernaut. Auf Koop könnt ihr euch dann einfach downen und es wieder zurückkaufen, aber wenn ihr Solo spielt, verliert ihr komplett euer Juggernaut. Und Quick Revive funktioniert auf World of War ja sowieso noch nicht. Das heißt, dass ihr eigentlich mehr oder weniger eigentlich im Arsch seid. Ja, in Black Ops 1 gibt es die DG2 auf Schiener Nummer und der Riese. Wenn man sich dort jedoch selber hittet, verliert man da seinen Juggernaut nicht mehr. Es ist eine sehr, sehr effektive Wunderwaffe, die bis in so ein endliche Insta-Killt. Und sie ist sehr, sehr beliebt, aber man muss auch bemerken, dass sie nicht instant einen rettet. Also wenn man getrappt wird und sie schießt, kann es trotzdem sein, dass man down geht. Und außerdem gibt es sie noch auf Call of the Dead Black Ops 1. Auf Call of the Dead gibt es die DG2, nachdem man das Easter Egg gemacht hat und als Belohnung. Und ab dann jedes Mal bekommt man diese DG2 einmal von George und wie gesagt vom Easter Egg als Belohnung. Aber sie funktioniert dort nicht wie eine normale Waffe, die man aufnehmen kann und die man wechseln kann. Nein, sie funktioniert in Anführungszeichen wie ein Death Machine Drop. Und zwar wird das unten angezeigt, das Death Machine Symbol. Und wenn ihr keine Munizierung mehr dafür habt, dann verliert ihr diese Waffe auch. Wenn ihr währenddessen ein Max Ammo bekommt, dann fühlt sich das wieder auf. Ihr könnt aber währenddessen zum Beispiel eure Co-Partner nicht reviven oder irgendwelche Perks kaufen. Auf Black Ops 3 The Giant gibt es die DG2 dann auch. Die sieht da sehr, sehr comichaft aus. Ja, das Ganze sieht um einiges unschöner aus im Vergleich zu, wie wir es im WAW hatten. Und wenn man sie Packer puncht, das ist hier lila. Also sehr, sehr anders zu dem, was wir von World of War oder von Black Ops 1 kennen. Die Thunder Gun. Zu deutsch Donnerkonone oder mehr bekannt auch unter dem Namen Tigern. Ja, die Tigern gibt es auf Kino Ascension und auf Nacht Black Ops 1. Man bekommt sie nur aus der Mystery Box, also müssen wir für die Box hätten, bis ihr diese Waffe bekommt. Sie ist halbautomatisch und wenn ihr nah genug an den Zombies dran seid, bekommt ihr einen Windstoß aus dieser Waffe geschossen und der Windstoß tötet sogar die komplette Horde. Ansonsten, wenn die Zombies zu weit weg sind, dann fallen die einfach nur vom Windstoß um und stehen dann wieder auf. Munition hat sie 2 und 12. Man kann sie nicht selber nachladen, also ich kann jetzt nicht einen Schuss rausschießen und 1 und 12 haben und nachladen. Ich muss warten, bis ich komplett auf 0 gehe. Dann lädt die automatisch nach. Wenn man sie gepackert punched hat, heißt sie zu scannen und hat 4 und 24 Schuss. Man bekommt keine Drops von der Tigern, aber wenn man sich mal wirklich trappt oder wenn irgendwas los ist, man wird instant davon gerettet. Außer natürlich, man hat einen Tigernfeld, aber das kann mit sehr, sehr vielen Waffen passieren. Es ist meiner Meinung nach die beste Wunderwaffe, auch wenn ich keine Drops habe. Ich mag diese Waffe eigentlich richtig, richtig gerne. Und ich glaube, jeder Black Ops 1 Spieler kennt dieses Gefühl, wenn ihr in der Kiste eine Tigern habt. Das ist einfach ein richtig gutes Gefühl. Ja, dann gibt es noch die Winter's Howl. Die gibt es auf Verrückt und auf Five in Black Ops 1. Die hat 6 und 24 Schuss. Die feuert wie so einen Blizzard ab, der die Zombies halt verlangsamt und einfriert und die dadurch tötet. Wenn man sie gepackert punched hat, dann heißt sie Winter's Furry. Man hat mehr Munition, sie friert auch mehr Zombies ein und hat eine größere Reichweite. Aber an sich ist es eigentlich eine sehr, sehr schlechte Wunderwaffe. Die ist kaum zu gebrauchen. Die meisten Leute nehmen sie auch nicht her. Man braucht auf Runde 50 ungefähr zwei Magazine, um einen Zombie einzufrieren. Also dementsprechend, ne. Dann gibt es noch die VR-11. Die gibt es nur auf Call of the Dead aus der Box. Ja, wenn man mit der VR-11 schießt, dann kann man einen Zombie pro Schuss in einen Menschen verwandeln. Es gibt zwölf Schuss insgesamt und man hat halt pro Schuss einen Kill. Also es ist nicht sehr ergiebig. Es ist sehr, sehr langsam, die so zu töten. Wenn man sie upgradet, heißt sie VR-11 Lazarus. Es gibt mehr Munition und, ähm, ja, es verwandelt die Zombies wieder im Menschen. Aber wenn ich dreimal den gleichen Zombie anschieße, dann explodiert. Im Korb ist es so, dass mir die VR-11 irgendwann Packer puncht und sein Partner damit anschießt. Denn dann hat der zehn Sekunden ungefähr Instakill. Und umso länger man ihn anschießt, umso länger hält das dann auch. Ja, die Scavenger, die gibt es auch nur auf Call of the Dead aus der Box. Das ist ein Scharfschützengewehr mit Explosivgeschossen. Pept heißt sie dann Hyäne Infrarot. Ja, und das Ganze hat dann Infrarotsicht hier whatever drauf. Ja, die tötet aber nur bis Runde 33 Insta danach nicht mehr. Ja, und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, der VR, also Solo-WR auf Call of the Dead ist in Anführungszeichen nur 87, weil keine dauerhafte Instakill-Waffe oder Traps oder so noch auf dieser Map sind. Dadurch hittet man halt sehr, sehr oft die Box, um entweder die Scavenger und die Raygun oder halt die VR-11 wiederzubekommen. Und irgendwann sind diese Box-Hits und diese Explosivschaden, die bauen halt auf und das ganze Game crash letztendlich. Dementsprechend ist Call of the Dead eine sehr, sehr langsame Map. Man kann sie ein bisschen mit Survival-Map von Black Ops 2 vergleichen. Ja, die 31-79-JGB215, aka Shrink-Roy oder wie wir sie alle nennen, die Baby-Gun, die gibt es so auf Shangri-La, aus der Box. Die hat 25 Kugeln an Munition und die stopft die Zombies, welche man dann einfach Insta mit Waffen, Granaten oder whatever töten kann. Oder wenn es gerade läuft, dann laufe ich einfach mal über die Horde Zombies drüber und schubs die weg und die fliegen an die Wand und dann sind die auch alle tot. Ja, wenn man die Gepäck gepanscht hat, dann heißt sie the Fractualizer. Es hat mehr Munition, 48 Schuss insgesamt und die Zombies bleiben länger gestrumpft. Objektiv betrachtet ist die Baby-Gun wohl die oder eine der besten Wunderwaffen, denn sie killt immer Insta-Kill, weil sie hat sehr, sehr viel Munition und man bekommt auch Drops dadurch. Jedoch muss man wirklich aufpassen, wenn man Shangri-La Solo spielt, denn wenn man die Baby-Gun abgeschossen hat und die Zombies schrumpfen und man zu viele wieder groß wachsen lässt, dann bekommt man einen Error auf dieser Map. Ja, die Wave-Gun. Die Wave-Gun gibt es auf Mun aus der Box oder man kann sie auch von den QEDs bekommen, also den Quantum Devices, die gibt es wiederum auch aus der Box. Es gibt zwei verschiedene Formen und zwar einmal die Wave-Gun, wenn man sie zusammenfügt, die lässt die Zombies schweben und explodieren und einmal gibt es die Zep-Gun Dual-Wield und zwar hat man halt links und rechts dann eine Zep-Gun in der Hand und pro Schuss einen Kill, wenn ich natürlich treffe. Gepäcker-Punch heißt das Ganze dann Potus X-2 Zep-Gun Dual-Wield oder die Max-Wolf-Gun. Die ist an sich das gleiche alles nochmal, Gepäcker-Punch, nur mit mehr Munition. Es ist sehr, sehr effektiv, also die Waffe ist wirklich sehr gut, die killt eine komplette Horde und sie hat sehr, sehr viel Munition. An sich auch eine sehr, sehr beliebte Mun-Waffe. Ja, kommen wir zu Black Ops 2, die Jet-Gun. Und zwar gibt es die auf Transit Black Ops 2, man muss sie zusammenbauen, also die kann man nicht aus der Kiste bekommen. Es gibt insgesamt vier Teile, die ihr braucht, um diese Jet-Gun zu bauen. Und die wird dann nicht aus Waffe aufgenommen, sondern die wird aus Equipment angezeigt. Sie ist sehr, sehr schwer, überhitzt sehr schnell, man ist sehr, sehr langsam mit ihr. Und seitdem das gepatcht wurde, ist es so, dass man messern und kurz schießen muss, um das Ganze nicht überhitzen zu lassen. Wenn man sie jedoch überhitzt, ist das Problem, dass sie in alle einzelne Teile explodiert. An sich hat sie ansonsten nun endlich viel Munition und man bekommt auch Drops davon. Also es ist eigentlich eine gute Wunderwaffe, wenn man weiß, wie man damit spielen muss. Also es gibt kein Upgrade dafür oder man kann sie auch nicht in die Pack-A-Punch-Automaten stecken. Der ist Liquifier. Ja, den gibt es auf dem Map Die Rise. Den kann man auch zusammenbauen, man braucht dafür fünf Teile. Es gibt auch kein Upgrade, man kann es auch nicht in den Pack-A-Punch stecken. Ja, die schießt sozusagen wie so einen lila Schleim, der sich halt verkettet. Und dann von Zombie zu Zombie geht das, wenn man richtig traint. Dann kann man die Kette von Zombie zu Zombie weiterhin fortführen und man braucht weniger Munition. Es gibt auch gewisse Camping-Spots auf Die Rise, wo man das sehr, sehr gut nutzen kann. Die war früher um einiges besser und zwar war die genauso, wie ich sie gerade beschrieben habe, das ganze Spiel lang. Jetzt ist es leider so, dass ab Runde 100 macht die Crawler. Dementsprechend muss man ab Runde 100 leider eine andere Strat laufen und kann es Liquifier nicht mehr so verwenden. Ja, die Blunderget von Mob of the Dead. Die gibt es auf Mob of the Dead aus der Box oder durch das Sammeln alle fünf blauen Schädel. Die sind auf der ganzen Map verteilt. Das ist eine Shotgun, die sozusagen die Kugeln versprüht. Wenn man diese Packer puncht, heißt die dann The Sweeper, die ist stärker und hat mehr Munition. Und man kann sich ein Acid-Gett zusammenbauen. Das ist so ein Säurekasten. Und wenn man den zusammengebaut hat, kann man die Blunderget da reinlegen. Dann bekommt man halt die Acid-Gett davon. Und dann ist das alles in die Säure getränkt. Und wenn ich die dann abschieße, gehen die Zombies auf diese Schüsse, die ich abgeschossen habe. Die haften dann irgendwo in den Wänden. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen wie Monkey-Bomben und das explodiert dann nach einer Weile. Ja, die Raygun Mark II. Durch Buried in Black Ops 2 wurde die Raygun Mark II in den Zombie-Modus gebracht. Wenn man das Vengeance DLC runtergeladen hat, wurde die Mark II im Nachhinein in die anderen Boxen von den anderen Maps auch reingepatcht. Ja, die feuert drei Burstschüsse ab, tötet sehr viele Zombies mit einem Burst. Und am besten reibt man die so ein bisschen hintereinander an und schießt dann auf den Kopf. Gepäcker Punched heißt die Portus Mark II Raygun. Man hat doppelt so viel Money und doppelt so viel Schaden. Die tötert länger, also die ist sehr gut, eigentlich bis ungefähr 170. Und Survival Mess wären da doch um einige schneller, weil das wirklich eine sehr, sehr starke Waffe ist. Ja, der Paralyzer, den gibt es auf Buried, auch aus der Box. Die hat unendlich Munition überhitzt und muss man dann wieder runterkühlen. Das Ganze funktioniert so, der Paralyzer verlangsamt die Zombies, hält sie an und lässt sie dann irgendwie in Luft zerplatzen. Gepäcker Punched heißt der dann der Petrifier. Länger kann man dann am Stück auch schießen. Der Cooldown dauert auch kürzer, aber im Endeffekt kenne ich, glaube ich, so gut wie jemanden, der diese Wunderwaffe wirklich gut findet. Ja, dann kommen wir zur Origins. Da gibt es ja verschiedene Stars, also verschiedene Stäbe. Einmal gibt es den Lightning Star. Der Blitzstab ist lila und, naja, wir wissen alle, dass er nicht so gut ist. Der Eisstab, der ist sehr gut. Er ist auch sehr gut für die Haran Strat gedacht. Er ist sehr ergiebig und sehr gut zum Campen, weil man einfach auf den Boden schießen kann und rund um einem herum dann ein Schneesturm halt auftaucht. Ja, der Windstab, der ist so ähnlich wie der T-Gun, gibt aber natürlich Drops. Er ist weniger ergiebig, aber ist richtig gut, um einen zu retten. Der Feuerstab ist eigentlich schon ein guter Stab. Er ist auch sehr gut gegen den Panzer. Wenn man ihn komplett auflädt, der einmal auf den Panzer schießt, dann ist der Panzer sofort tot. Aber das Problem ist, wenn man diesen Stab benutzt, dann gespaunt man irgendwann auf der Map. Ja, dann kommen wir zu Black Ops 3. In Shadows of Evil gibt es den Apothecan Servant. Und das ist ja so eine Alien-Gun, wo man halt mehr oder weniger seine Hand in den Popo steckt. Und die wird aus drei Teilen zusammengebaut. Es schießt schwarze Löcher, welche die Zombies halt einzaugen. Das ist so ähnlich wie die Gürste-Wars, die wir beispielsweise von Ascension kennen. Und man kann diese Waffe momentan noch nicht verbessern. Man konnte es mit einem Glitch mal verbessern, aber das wurde dann gepatcht. Ob es irgendwann noch möglich ist, das kann ich jetzt momentan noch sagen. Ja, kommen wir zu Wrath of the Ancients. Das sind die Bögen von der Eisendrache. Und zwar gibt es einen Bogen auf der Eisendrache, den kann man in vier verschiedene Bögen upgraden. Einmal gibt es den Blitzbogen, der schießt halt Blitze. Und diese Blitze kreisen dann und killen mehrere Zombies. Dann gibt es einmal den Wolfsbogen, der schießt sozusagen Windstöße von sich. Und da kommt dann so ein Wolf raus. Er ist nicht so ergeblich wie der Blitz, aber er rettet einen sehr, sehr gut. Im Koop nimmt man eigentlich immer Blitz und Wind miteinander her. Also Blitz und Wolf. Der Feuerbogen, bei dem ist es so, dass der Lava aus dem Boden kommt. Und beim Schädelbogen, ja, da habt ihr so Totenschädel, die die Zombies halt töten. Ja, die KT4, die gibt es auf Zetsubunoshima. Die muss man aus drei Teilen zusammenbauen. Die schießt sozusagen Säure, die die Zombies halt umgibt. Und dann gibt es da irgendwelche Blasen und dann zerplatzen die halt. Man kann die auch upgraden. Man braucht drei verschiedene Teile, um die dann wieder an der Werkbank zu verbessern. Man hat auf jeden Fall mehr Munition, die ist um einiges besser und um einiges stärker. Heißt dann Masamune, by the way. Und sie erinnert mich so ein bisschen an den Sliquifier von Black Ops 2. Ja, Leute, das war es jetzt eigentlich im Moment über die Wunderwaffen von World at War bis zu Zetsubunoshima. Wie gesagt, ich möchte ein Update über das Video rausbringen, wenn wir alle Wunderwaffen von Black Ops 3 haben. Wäre cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was eigentlich eure Lieblingswaffe, also eure Lieblingswunderwaffe von allen Zombies-Teilen ist. Ansonsten eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.